Guten Tag, Frau Möller. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Bestens, Nundin. Danke, gut. Und, schon was war heute Abend? Ja, ich wollte mit einigen Freunden in die Bar gehen. Ich glaube, daraus wird nichts. Hören Sie, die Akten hier brauche ich Montagfrüh auf meinem Schreibtisch, sortiert und überarbeitet. Okay. Okay? Aber so wie ich Sie kenne, kriegen Sie das ruckzuck hin und am Wochenende. Ja, klar. Alles klar. Ach übrigens, Sie leisten gute Arbeit, Frau Möller. Weiter so. Dankeschön. Ach und Jessica, Sie haben Pause. Ja, danke. anger, Tá? Fight The Boss fight, Jessica vs. The Boss. Round 1... Fight! Okay. Jessica wins Round 2 Fight The boss wins Final Round Fight Jessica wins Guten Tag Pünktlich wie besprochen Die sortierten Akten Okay Dankeschön Kein Problem Jessica wins Game over